Herzlich Willkommen zur zweiten Folge von Minecraft Projekt Bugnach und heute spielen Cookie, heute ist der original Cookie, ja? Ja natürlich. Und wir werden heute Dias fahren und vielleicht finden wir auf dem Weg noch Wasser für den Wassercue. Dann starten wir gleich los. Drei, zwei, eins. Ja, es sind zwar zwei Leute auf dem Server, das stört uns nicht. Aber wer, wer denn? Der Mainz da, was hat dich am Heute angefangen? Ich glaube, die sind gerade in der zweiten Folge. Null Strikes will ich dir gratulieren, aber. Ja, freundet brav. Ah, das ist er essen. Siehst du, ich musste mal feindlich sein. Cookie, hast du genug essen? Das ist die im Orgasmus. Ja, ich weiß nicht, da kann ich es nicht sehen. Wie viel brauchst du denn? Ja, die Hälfte, also ich gebe gar nichts. Okay, ich gebe dir die Hälfte. Ja, Gameaufhöhe. Was hast du gemacht? Nur Stripe Mine in den letzten Sekunden. Philipp, wo bist du da weit runtergegangen? So weit runtergegangen, oder? Ey, unten ist Lava. Und Wasser, Alex? Da ist das erste Wasser. Okay, ja, passt. Ja, da wurde es nächstes. Hast du Fackling Cookie? Cookie hat Fackling, ja. Nein, nur mal Kohle. Immer Kohle bei Deep Sticks. Ja, aber die gibt dir mal die Hälfte von meiner Zeit. Und auch da habe ich alle Facklinge. Auch bei dir? Ja, ja. Warte mal. Warte mal, ich mache... Ups, ich mache schon wieder so viel. Wieso passt immer zwei? Ich mache mal zwei Kübel, gell? Ja. Ich bin so halt vier zuhause zu erlauben. Ja, ich sehe noch, aber außer die. Hey, Cookie, bei Diamanten haben wir noch keine Dreiung gefunden, gell? Nein, ich habe noch gar keine Dreiung gefunden, gell? Nein, ich habe noch gar keine Dreiung gefunden. Cookie, willst du einen Lava-Kübel? Ja, sie. Warte, ich gebe dir auch einfach zwei Kübel, weil dann... Eins war die, glaube ich, mit einem. Was? In Emerald. Das Lapis. Ich warte mal, das Skelett mit Skynisch ist in die Lava. Oh, okay, okay. Der Lava braucht man nicht ganz mehr. Warte, ich mache da mal weg. So, dann war's. Ich hoffe, wir finden gleich mal drei Dears, weil dann können wir schon... Dears... ...zauber uns. Schon wieder einmal gefunden oder nicht nochmal. Jetzt haben wir schon einen dritten Emerald. Was bringt uns der eigentlich? Geil und blau. Ja, ich will eine Lid-Schütte auffinden, kann ja noch nicht umsonst. Ja, ich will nicht. Geil und blau. Ich kann. Bauen wir uns auf 11 oder gehen wir noch weiter? Nein, bauen wir uns auch gleich. Schon geil. Wir sind jetzt schon fast auf 5,5,5. Wir sind auf 8,5. Vielleicht sag ich ja. Jetzt sind wir das und auf 10, also an. An die Höhe? Ja. Okay, nice. Ja, wir werden jetzt beim Stripmine, glaube ich, eh hüllen an Fremden. Dann passt das eh gut. Ja. Eisen brauchen wir eigentlich eh noch für Amboss. Alter, ich hab schon gedacht... Ja, es kommt schon lauer. Ey guck, hast du die nächste Überlegung gefunden, wie gesagt? Boah, um kein Zander, oder? Auf nada. Hey, Lore. Da steht einer. Guck, da links ist einer mit deiner Rüstung. Ja, pass auf, ich hab lange gehört. Boah. Boah. Guck, ich geh straight auf, ich. Scheiß nix. Ja, da hab ich nix mit. Ja, der Rüstung. Kannst gerne anziehen. Sie haben den Leder. Ey, die waren... Cool. Das ist ein Eischer. Nice. Einmal. Endlich. Dias. Wir haben noch nie so früh... Wir haben noch nie so früh... Wir haben noch nie so früh Dias gehabt. Okay, da ist er. Ah, jetzt hast du mal dieses Tier safe machen. Ich nimm's hier raus. Ich hab gedacht. Ja, bauen wir mal ab. Direkt am Diamantenschwert und... Endchamp. Ah, nein. Doch nicht. Nein, nein. Eisenspitzsacki und... Verzauernstisch und Verzauern. Ja, genau. Die und Spitzsacki brauchen wir sowieso. Ja, weiß. Machen wir mal mehrere Sticks. Nein, nein. Sonst warst du tausendmal immer von Eis Sticks. Guck, also du... Weisch, ey, ne? Das Wasser eingestrahlt. Das hab ich schon eingestrahlt. Schon wieder Emeralds, Alter. Ich hab... Sohle meinetwegen noch nie Emeralds. Seit wann wir dann sofort Emeralds haben? Die ersten Opsidien haben. Guck, ich baue gut Opsidien haben. Ah, die hat dann schon ein paar Öfen auf dem Eisenschmalz. Ich glaube, wir haben schon weit mehr als genug. Also wir können dann Eisenrüstung fertig machen. Okay, ja, warte. Ich stelle mir meine drei auf. Ja, stelle mir doch her. Oh, oh, oh. Eisen? Habe ich ja auch Eisen wie wo? Jetzt da achten wir schon, ne? Es war jetzt drin und alles sieht aus, dann mach was damit. Ja, ja, okay. Guck, hast du schon Kohle eingekauft? Ja, zwei mal meine ganze Kohle. Okay, warte. Warte, warst du so für Eisen, ja? Ich wollte abbauen. Nein. Nein. Die Höhle dürfte ziemlich gut sein, aber das ist ziemlich Diamantenhöhle. Ah, Lava, egal? Gold. Jetzt habe ich mal gedacht, der Veit auch bei einem Minenschacht auf Hörer Earth. Gar nichts mehr. Einen einzigen Diamanten angefunden in einer Lore. Ja. Ja. Es war echt auch normal. So, jetzt geht's zum letzten auf Sie am Block. Ja. Ich baue den. Pass auf, unter dem ist laut und er ist weg. Beamer. Peppermark. Ich baue jetzt direkt, tschak, unseren Tabor natürlich. Geht sich nämlich genau aus, muss man zugeben. Spreng mal 1.8. Jetzt geht das heißt, wir sehen, wir verzaubern. Wunderschön. Ich schau mal, ob man Fire Aspect aufgekriegt. Achso, ich habe noch keine. Kannst du mir ein Lern-Keyball bitte geben? Da hast du dann ein Wasser-Keyball. Ja. Ja. Ähm. Verzauern, dumm und nicht so. Ich brauche ein Snarpis, Snarpis. Ich habe da 15 Lappis. Achso, okay. Gefährung. Ja, schauen wir, ob du auf der Spitzhacke Glück habe gekriegst. Ja, leider kriege ich gerade keinen Fire Aspect dafür, wenn du wirst. Was? Fischen Sie? Ja, Fischen Sie, ja. Soll ich? Ja. Ich brauche von mir aus. Nein, nein, du nicht. Was? Ich brauche nur Glück auf der Spitzhacke. Achso, Glück? Ja, für die Erfahrung. Ja, stimmt. Ah, ja. Efficiency, Efficiency, Efficiency. Genau, ein bisschen Ding. Ja, gib die Hürfte. Was? Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ja, wenn du willst, kannst du Brot auf die Hürstel. Auf die Hürstel. Ah, die App verbrauchen noch, fahrt mich auf. Ja, ich kriege gar kein Glück, Kaffee. Schau, du nochmal. Ja. Ey, warte, ich schau. Kann man es eigentlich auf jede Art von Spitzhacke aufbekommen? Ja, aber es bringt dir nur was mit deinem Moment, dass dir passt. Ja, alles im Preis. Ich kriege nur Efficiency. Was machen sie? Ja, Verzauerte, dein Brust. Ja, weißt du mal. Ja, weißt du mal. Guck, ich brauche. Soll ich gleich mit craften, die Sachen? Ja. Soll ich Protection, so eins auf die Brust du? Ja. Ich bin als Full Iron, ey. Warte, gib dir das richtig. Warte, ich geh das jetzt mit den Büchern, weil das kostet 1 Schalte und 3 Lapis. Ja, und da machst du es mit an einem Bill. Das wusste ich nicht. Ja, sorry, oder? Ja, alles geil verzauern. Guck, passiert irgendwas. Was soll passieren? Blast Protection ist scheiße. Ja, schauen wir mal besser. Ja, das ist cool. Wie passt immer beim Anzugauen? Immer beim Anzug, weil wir keine Bücher mehr tun. Ja, da muss ich halt so. Irgendwann muss es. Und immer wieder nach der Anverzauberung bei der Spitzhacke schauen. Ah ja, stimmt. Ich bin... ...Untbreaking. Mal also. Mal also. Ich fisch in sie. Auf einer Stone brauchst du es nicht? Ja, ich schau trotzdem. Auf einer Stone. Ja, ich glaube bei ihrer Spitzhacke dann alles klar. Äh. Sorry, wie geht das? Ähm. Also, man, der ist schon verzauert. Ja, ich krieg grad keine richtige Verzauberung auf meine Sachen, aber ich will gucken. Dann mach auf Eis und ein Schwert, vielleicht kriegst du es auch. Oh. Haben wir noch mehr drauf hin? Nockwart ist ja komplett. Hoppie. 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 Hab ich gehört. Schau mal wieder da. Wir werden schon aus ihr gekickt. Ich hab mir zwei. Fisch und sie. Fisch und sie. Fisch und sie. Ich wollte die, wo ihr... Oh. Du hast ja gar kein Luck. Guck. Guck ich kannst du mal schauen, ob du meine Sachen verzauern kannst. Gib ihm die Lapis. Gib ihm die Lapis. Gib ihm die Lapis. Gib ihm die Lapis. Genau. Echt? Schau mal, ob du meine Sachen auch Protection anschaffst, wenn es halt noch Levels kostet. Ja. Ja. Gehen wir da mal kurz. Da kriegen wir auch Levels für Kohle, oder? Ja. Geil. Da auch. Ja. Da auch. Immer Project Protection. Ah. Wo bist du? Ja. Ja. Die kommen wieder zu dir. Ja. Ich muss sie zu dir. Hä? Das ist ja voll unglücklich. Da kriegst du mal ein paar Dinge mit Samenschein. Lapis bitte. Du musst den Eimerad geben. Hinter die Axt. Jo. Ja, ich gehe. Muss es da ausschauen. Wurde gekickt. Ey, guck guck. Du hättest vor allem, dass ich jetzt halber Bye Bye geschrieben habe. Ja. Ja, Felix. Was mache ich denn? Ja. Du musst wenden eine neue Port of Spreta. Ich crafte ein neues Iron Schwert. Oder du machst ein neues Iron Schwert. Vielleicht kriege ich Fire Aspect. Das wäre schon cool. Oder, wait. Warum ist das zugegangen? Das ist ja auch 4. Achso, okay. Echt? 2 und 4? Sorry. Ist das wohl, ey? Ich glaube ja. Ja, Schaden ist besser als noch. Also. Also. Einen will. Anders. Ja, du sollst wieder dich schauen. Die hast du gefunden. Ja, geil, Alter. Ja, hab ich gesagt, du hättest irgendeine Glück verzauern? Was nicht? Das wäre jetzt optimal. Brauch ich noch nicht, ne? Ja. Ja. Wir schauen euch halt die ganze Zeit. Ja, jetzt der Glück verzauern wir halt eben doch. Ja, ich bin... Ja, ich bin... Ja, wir müssen halt dann neu die hier Spitzhacke machen. Na, du kannst mit Eis und Spitzhacke rechnen, wenn du jetzt haust. Ey, oh. Achso, dann Axe und Craft dann neu Iron Spitzhacke. Zu echtig. Der immer Scham. Wir brauchen unbedingt einen Glück. Also ein Zledermaus, oder? Denk mich schon. Bist du die Hölle entlang? Ja. Wie lange haben wir danach? Steht das irgendwo? Wenn es Schlesch-Dime eingibt, vielleicht. Ne. Vier Dears waren da. Zahne. Ja, beim folgenden Projekt war es Schlesch-Zeit. Boah, die kommen langsam zu dir. Ja. Ja, ja. Eigentlich ist es ja ungut, wenn man sie hat. Wenn es jetzt so, Opa. Ja. Verzauberzaubern. Axe, euch Verzaubern, bis du keine Laren mehr hast. Okay, mach ich weiter. Ich muss ja mal ausmisten. Hast du noch Lapis für mich? Mach ein Loch dahinter und schmeiß die Sachen weg. Warte, gib dir mal Lapis. Drei Stück hab ich ja. Einmal. Nein, das gibt's ja nicht. Verzaubern. Axe, pass auf, wenn du... Da grabst du das Lava. Granit. Gold. Goldschwert. Ja, Starrschwert. Starrspielzacken. Schindl. Testwert. Naja, Wur. Wurl. Theoret. Zauber. Redstone. Redstone. André Sieb. Jetzt haben wir es, oder? Ja. Ich bin so unlucky. Ich hab nichts. Ich hab nichts. Schau mal noch Lapis an. Schau mal noch Lapis an. Ich hab kein Lapis mehr. Hast du noch Lapis? Ja, schau. Weißt du, ob du das kein Ding drauf kriegst? Warte, schau mal. Hast du das letzte Mal mit dem Spitzhacken geschafft? Ne, geht nicht. Sollen wir noch mehr Spitzhacken kaufen? Ja, machen wir noch. Ja, alles auf. Ich hab kein Lapis mehr. Zurzeit bringst es nichts. Ja, eins gehen wir schon. Ah, ich mach noch. Ne, kriege ich nicht. Ja, bauen wir einfach ab, oder? Ja, pass auf. Warte mal, warte, warum nicht? Jetzt hat es die andere Höhe. Ja, scheinbar. 6 Sekunden. Wir werden gleich gekickt, ja. Warte, das ist gut. Müsst du zu mir nicht? Hast du Rücken? Ich glaube. Ich hab' gut gefunden. Ich hab' gut gefunden. Und du noch ein bisschen Levern drauf. Ich hab' nicht kohle Levern. Ja, wie denn sonst? Ja. Ja. Nether, ja. Gehen wir direkt in die Nether erst, oder? Ja, jetzt haben wir gut. Du hast schon bilden mehr D-years. Schon wieder M-Arts gesehen. Hier liegt noch. Iron. Nice. Ey, wo bist du entlang gelatscht? Da oben. Ja, da oben. Kennst du? Kenn ich dir. Links und da entlang, oder? Ja, da entlang. Aber die fuck ich nicht, Mann. Ey, guck, wo bist du? Ja, ich hab' den da hinter der Mauer. Warte, ich hab' mich schon bilden. Hinter der Mauer. Wirst du dich verarschen? Ja, ich hab' die fuck ich nicht, Mann. Aber die fuck ich nicht, Mann. Ich bau' mir jetzt einfach zu, gell. Hatz. Back to the server least. Ja, wir haben einige Diers gefunden. Emerald. Braum auf jeden Fall. Ja. Ja. Wenn euch die Runde gefallen hat, gebt... Ja, zauber. Ja, wenn euch die Runde gefallen hat, gebt einen Daumen nach oben. Vergesst nicht zu abonnieren, falls ihr nichts mehr vergessen wollt. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss. Tschüss. Tschüss.